ok google like dieses video und abonniere diesen channel sorry ich wollte es nicht, es tut mir leid, ich nehme es zurück, ok REDE DOCH! Kannst du nicht reden man! Boah mein Brüß Digga du hast so ein richtiges zahnpasta lächeln Digga sind das noch deine milchzähne du scheiße Digga Katar ist ein arabisches Land, ich weiß nicht, irgendwo in Saudi-Arabien um Ne Afrikas glaube ich Katar, ist auf jeden Fall ein arabisches Land Warum willst du es wissen? Wie war er denn aus Katar? Ja warum googelst du es nicht einfach? Sehe ich aus wie Google? Ne Gut, da haben wir es ja geklärt oder? Ja Und du siehst aus wie ein Pudelkopf Danke man Du nicht wie ein Deutscher Das ist sehr lustig ja Meinst du das lustig ist? Mann Ja Ich komme ins Paradies wenn ich dich töte Okay Das ist lustig mein Freund Komm vorbei Junge Bruder Wenn du gekürbt werden willst Digga das können wir gerne machen Denn Häuptunnen sind so mein Ding weißt du Ja klar Mann Machst du das mit deiner Hand? Machst du so einen auf diesen? Legst du so ab? Ne ich nehme Messer Warum? Hey Digga komm du bist Ey was hast du für ein Humor das wegen jedem scheiß lachen muss Ich habe Freunde Ich weiß nicht ob du das auch hast Du hast Freunde Digga die dir im Discord einfach zugucken Wie du einfach lachst über irgendwelche kindischen Witze Digga Deine Freunde sind noch behinderter als du Ehrlich deine Freunde können Ey f*** ich werde schade bleiben Die können mir ein Blasen Ja wenn es auch Ungläubige sind Okay Ey so ein komischer Digga Digga das ist so eine hübsche Maske wirklich Also ich muss sagen ich brauche auch sowas So ein bisschen Oh Gold in der Friske Oh Mann ey Der Schneider Ich hab vergessen Seid ihr monterisch oder was? Ja Geil grüß mal Grüß mal dein Lehrer Ey Herr Schneider Ich soll dich grüßen Warst du ein korrechter Lehrer alter Assalamu alaikum Möchtest du eventuell eine Bibel kaufen? Bitte was? Eine Bibel bitte Eine was? Eine Bibel Ich denke Ich bin Satanistin Tschüss Astaghla Oh bismillah Shalala Lalla Das ist gut Das ist gut Das ist gut Oh guys Echo Frieden zwischen den zwei Welten Okay Was ist das? Ja Ja Komm zeig mal alle gleichzeitig Komm Das ist ein schönes Bild Ja Hallo Schöner Nagel Dinge Guck mal was da kommt Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal da links Mit einem Mit unserem besten Freund Es gibt keinen Warte ist er schwul? Nein Es gibt keine richtige Freundschaft zwischen Jungs und Mädels Er ist schwul Er hat gerade zugegeben Es gibt keinen Spaß Er steht auf sie Aber ich nicht auf ihn Aber ich nicht auf ihn Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Warum sollte man sich denn für eine Person verändern? Man ist so wie jemand ist Ne Schau mal Also Ich bin schon so Ich stehe schon so fast auf ihn Also das ist so Aber ich stehe halt nicht so richtig auf ihn Ich würde jetzt nicht eine Beziehung Boah Eure Freundschaft ist so cringe Alter Wie frei ist Das ist so schön Das Ding ist Also Ich Die sehen jetzt frei als normal an Guck mal die im Hintergrund Guck mal die im Hintergrund Ich bin immer nur so dabei Ich bin immer nur so dabei Ich wollte jetzt sagen Er ist die ganze Zeit noch da So Vor allem So Ich sag das Bei einem wildfremden Menschen einfach Ja Während er dabei jetzt den Körper abbekommt die ganze Zeit Ja sie ist so Steve So Steve Alle Kollegen mach einfach das Arschloch Du hast sie easy Aber dann bricht dir mein Herz Ja darum gehts ja Oha Ok mach ich Oha Und dann läuft sie dir hinterher Oha Vertraue Bruder Vertraue mir Dann läuft sie dir hinterher Hey nochmal Du hast perfekte Blaselippen Einfach nur den Mund Spars den Mund heran ne Ne warte mal Oral ist glaube ich nicht heran Oder Gott ist heran Ja ich weiß Aber Oral ist nicht heran Ich hab letztens von so einem Imam Hab ich mir so ein Video angeguckt Der hat erklärt was Haram ist so sexuell Und ich glaub Der ist selber Schaitan aber so Was wer Ja Bruder hat das Video was angeguckt Also dieser Typ der angeblich Imam ist Der ist selber besetzt vom Teufel Nein Mann kennst du nicht Abu Barra Doch klar dieser TikToker ne Oder wie mein ich Salaamu Alaikum 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 Möchtest du eventuell eine Bibel kaufen Ja Ja Willst du mich verarschen oder was Was denn Ähm Äh Das ist was ich Pornabdinger Auf Versteht ihr noch Ja Ich mach Zigaretten und wir können dringen Deine Tochter hat schöne Titten Schatz Ich schicke ihn durch Nudes Korrekt Ja Ich weiß Oh mein Gott Decker Ähm Ja ich räum morgen auf Wenn er weg ist Du musst mal erstmal die Wäsche holen Und meine neue anmachen Ja dann mach ich mal Ja dann räum Mutti Wir warten alle bis sein Vater endlich raus geht Und wir weiter auf seine Titten gucken können Was Nichts Hi ey So eine freshe Stirn alter Soll ich nur mit Stirn reden Ne Wieso ist er abgehoben Warum nur Stirn 10, 10 mach weiter Wer zeigt ihr denn überhaupt Hand tut weh Hand tut weh Ja dann weniger ne Bei anderen Jungs hier Ja Junge Aber wenigstens heute Oh schüchter schweigt mich Heute ist ein anderer Heute sind alle Frauen einfach in der Küche Digga Ja dann am Wochenende geht's halt dann in die Arbeit Ne Ahja alles klar Das war's mal wieder komplett nerf Hey was du mit Ja was hast du ja Ja was hast du ja Entschuldigt Ja Du hast du ja Es ist all about humanity. Es ist all about humanity.